Guten Morgen, hier in Italien ist es ja so, die Kaffeemaschinen sind nicht in der Lage, den Macchiato zu machen. Die Lösung? So, diese hier. Voila, jetzt haben wir den Macchiato in Italien. Ja, ich weiss, okay, schlimm, aber wir nehmen halt nicht so starken Kaffee. So sieht es dann aus. Ist es noch schön? Ja. Und bald mit dem Bus. Bye-bye. Also Bus, ja doch, mit dem Bus und dann mit dem Schiff heute. Yes. Immer am Bauen, immer am Bauen, sagen sie. Aha. Schau, da, 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 da. Ganz schlimm. Sie haben nicht in der Schweiz gesehen. Oh nein, das haben sie nicht, äh, äh. Ja, jetzt gehen wir auf Santa Maria Navarrete. Da ist ein bisschen Stau. Ja. Check-in gemacht. Jetzt geht's los. Wie immer die günstigeren. Aber die sind cool. Da, entweder der oder der. Das englische Schiff ist ready. Italienische Schiff? Nein. Bye-bye englische Schiff. Und sie hat's auch geschafft. Bonjour. Bonjour. Let's go. Es kann anfangen. Schwer zu glauben, ich war noch nie so schnell im Meer. Ja, wow, ich muss mein Handy gut halten. Ja, wohooo. Da sind wir. Yeah. So, 90 Minuten und dann kommt ihr uns abholen. Jetzt können wir hier geniessen. So schön. Der Sand ist so weiss. Wundervoll. Und da geht sie hin. Baden, baden. Und da ist sie so. Da ist sie so. Ja, ist gut. Ich komme jetzt auch rein. Ja. Ja, ich komme. Ja, ich komme. Und jetzt geht es weiter. Ja. Ja. Und jetzt geht's weiter. Tadadam! So blaues Wasser! Tadam! Und angekommen! Oh wow! So blau! Ein paar mutige Leute, wahrscheinlich nicht Italiener, die hier zum Bus gekommen sind. Wir haben eine Großmutter gefunden. So und nach dem Fotoshooting gibt es etwas zu essen. Es ist wieder ein Sandwich geworden, aber dafür ist Aussicht Bombo glät. Und bald geht's weiter! Yeah! Zu den Grottene! Ja! Let's go! Die jüngste die jüngste Strand. Das sagt er, ich schon. Oh wow! Die ist aber auch schön! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die jüngste ist es! Ja! Das ist ein Jaha, weiter geht's da nicht. Sonst kommt niemand mehr zurück. Und wieder zurück. So und jetzt wieder zurück. Zurück, zurück, zurück. Da ist unser Schiff. Hallo Schiff, wir sind da. Hey, komm. Nächster Strand Calamariolo. Ich muss dann dort richtig aufs Häuschen. Mhm. Und nächster Strand. Aha, aha, was sehe ich denn da? Oh. Oh. Mit der Seil. Oh. 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 So. So, Klettereinheit fertig. Ja, wir passen schon auf. Alles gut. Unsere Knie sind noch nicht gerade. Äh ja. Dort ist die Höhle. Sie ist jetzt auch so mutig. 3, 2, 1, let's go! Oh yeah! Go, go, go! Yeah! Und wieder zurückfahren, da sehen wir Kala, go, l'ho, 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 l'ho! So, geschafft! Wieder festen Boden an den Füssen. Wir sind aber auch recht müde und hungrig. Jetzt müssen wir essen. Du möchtest? Du möchtest? Du möchtest? Du möchtest? Lass uns essen! Okay, ja, 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 wir gehen, wir gehen, wir gehen. Fertig filmen. Kleine Aperitif, Corona-Bier, Tipps und Käffi. Mal schauen, wo wir essen, vielleicht da, vielleicht nicht. Kuchen öffnet erst um halb 8 Uhr, also Duschi. Yippiii! Yippiii! Ich bin so einig zu sein. Aber ja, ich könnte euch jetzt etwas vorstellen. Mega zerstört. Uh, ein Licht mehr. Zweiter Versuch. Mega zerstört. Ey, Scheinlicht. Mega zerstört. Laufen wir jetzt ins Zimmer rein. So sieht eine müde Schweizerin aus. Nacht? Aperte. Aperte. Mal hörenizi. Du bist so einig. Drinker auf Philipp. Asst. Reactive und ich trauc классisch. Tschüss! Wenn du haut got und dabei.